Die Schlacht um 10 war eine Abfolge von militärischen Angriffsoperationen im Zweiten Weltkrieg, die sich im Zeitraum zwischen Juni und August 1944 in Nordfrankreich ereigneten. Die Eroberung der verkehrsstrategisch wichtigen französischen Stadt 10 war ursprünglich bereits für die ersten Tage nach Beginn der Landung in der Normandie am 6. Juni 1944 im Rahmen der Operation Neptune geplant. Trotz einer weitestgehend erfolgreichen Landung der ersten alliierten Angriffsverbände misslang der Versuch 10 im ersten Anlauf zu erobern. Der alliierte Kommandeur Bernhard Montgomery sah sich deshalb in den nachfolgenden Monaten zu mehreren Angriffen zur Eroberung der Stadt und zur Kontrolle ihres Umlandes gezwungen. Verteidigt wurde das Gebiet von Verbänden der deutschen Wehrmacht und der Waffen-SS. Darüber hinaus sollten die deutschen Befehlshaber mittels Vortäuschung eines Hauptangriffs auf 10 im britischen Sektor vom US-amerikanischen Sektor abgelenkt werden und die amerikanischen Truppen dadurch freien Handlungsspielraum für blitzkriegähnliche Operationen erhalten. Die folgenden Kämpfe um 10 entwickelten sich zu einer Materialschlacht und einem Stellungskrieg. Am 9. und 10. Juli gelang es den Briten und Kanadiern, den Nord- und Westteilzehns zu erobern. Weitere neun Tage später, am 19. Juli 1944, war die gesamte Stadt unter alliierter Kontrolle. Daraufhin versuchten die Alliierten über die Straße 10 Fallais nach Fallais durchzubrechen. Die nachfolgenden Kämpfe bezeichnet man als Kessel von Fallais. Die wiederholten britischen Angriffe im Raum 10 banden wesentliche deutsche Truppenverbände. Dies ermöglichte den amerikanischen Landungsgruppen, den Westteil des Brückenkopfes zu erweitern und letztlich bei Saint-Elo in der Operation Cobra den entscheidenden Durchbruch zu erreichen. Die Kämpfe um 10 waren zwar verlustreich, verhalfen den Alliierten schließlich aber zu einer festen Basis in Nordfrankreich. Von der aus sie erst Paris befreiten und später zum Angriff auf das Deutsche Reich ansetzten. Die mittelalterliche Stadt 10 sowie die umliegenden Dörfer, Städte und auch das Gelände wurden durch das alliierte Bombardement, den Artilleriebeschuss und die Kämpfe zum Großteil zerstört. Der Wiederaufbau des zerstörten 10 dauerte von 1948 bis 1962. Hintergrund Ausgangssituation Japan Priorität eingeräumt Zur Entlastung der Roten Armee hatte Josef Stalin die Westalliierten zur Eröffnung einer zweiten Front gedrängt. Auf der Konferenz von Teheran im November 1943 beschloss man daher Landungen in Nordfrankreich und Südfrankreich. Im Gegensatz zu Churchill, der angeblich aufgrund fehlender Transportmittel auf die Operation Anwill verzichten wollte, favorisierte Stalin die ursprünglich geplante Zangenbewegung. Die Rote Armee hatte diese Strategie schon öfter erfolgreich angewandt. Unterdessen hielten die Amerikaner eine Invasion in Südfrankreich ebenfalls für sinnvoll, da die Häfen von Toulon und Marseille gute Nachschub- und Versorgungsmöglichkeiten für die alliierten Truppen in Frankreich bieten würden. Schließlich wurde eine gleichzeitige Invasion in Südfrankreich verworfen und begann als Operation Dragoon schließlich zeitversetzt am 15. August 1944. Auf der Casablanca-Konferenz wurde in Abwesenheit Stalins die Gründung eines gemeinsamen Hauptquartiers des Supreme Headquarters Elite Expeditionary Force beschlossen. Die Führung als Supreme Elite Commander übernahm 2D. Eisenhower. Sein Stabschef wurde unter der Bezeichnung Chief of Staff to a Supreme Elite Commander der Lieutenant General Fréteriki. Morgen, der dann die Planungen für die Operation Oferlort leitete. Den Oberbefehl über die Landeeinheiten erhielt Bernhard Montgomery. Die Seestreitkräfte befehligte Admiral Bertram Ramsey und die Luftstreitkräfte Air Chief Marshal Trafford Lee Mallory. Als Hauptziele waren die Kontrolle der größeren Städte 10, Bayeux, Saint-Elo und Cherbourg genannt. Die Operation Neptune Invasion in der Normandie am 6. Juni 1944 dem sogenannten D-Day griffen alliierte Truppen im Zuge der Operation Neptune mit einer großen Streitmacht die französische Kanalküste an. Sie umfasste mehrere tausend Schiffe, etwa 2000 Jagdflugzeuge und 1000 Bomber. Die Landung der Truppen erfolgte auf einer Länge von 98 Kilometern zwischen St. Maryglis auf der Halbinsel Cotentin im Westen und Uistreham im Osten. An den westlichen Strandabschnitten Utah und Omaha landeten an diesen 6. Juni die US-amerikanische 1. Armee an den östlichen die britisch-kanadische 2. Armee insgesamt rund 170.000 Mann. Insbesondere die Kämpfe am Omaha Beach erwiesen sich als äußerst blutig und verlustreich für beide Seiten. Am Abend des Invasionstags hatten die Alliierten mit Unterstützung von Fallschirmjägern, die in der Nacht zuvor unter hohen Verlusten hinter der Landungsfront abgesetzt worden waren, fünf Landeköpfe gesichert. Bei der Operation Tonga sprangen britische und kanadische Fallschirmjäger und Kommandoeinheiten hinter dem Strandabschnitt Zort ab oder wurden mit Lastenseglern abgesetzt. Sie konnten operativ wichtige Brücken wie die Pegasus- und Horsabrücke sowie die Artilleriebatterie bei Merville einnehmen, anschließend halten und damit den Nachschub der deutschen Verbände sowie das Heranführen von Verstärkung unterbinden. Damit schufen sie einen Brückenkopf nördlich von Zehn, der den Alliierten Truppen in der Schlacht um Zehn von Vorteil war. Um einen gesicherten Brückenkopf aufzubauen, mussten die nächstgelegenen Städte eingenommen werden und ein Zusammenschluss der Landungs-Truppen erfolgen. Zehn und das Umland boten ein gutes Terrain für das Anlegen von Flugfeldern. Außerdem hatte Zehn einen Hafen über den Nachschub in die Normandie transportiert werden konnte.